Mr. Krabs, irgend so'n Typ im Anzug will hier rein, bevor wir öffnen. Was, ein Typ im Anzug? Katastrophe, das ist ein Steuereintreiber! Ab ins Pfandversteck! Und nun gehen wir ganz gelassen in Richtung Hinterausgang. Er hat ne Karte. R.A. Pfennigfuchser Automatenvertrieb. Hör auf! Meine Maschine ist gekommen! Lass ihn rein! Lass ihn rein! Lass ihn rein! Lass ihn herein, Jungs!